Ja, Psychotherapie und Buddhismus. Ich bin selber Psychotherapeutin in Köln seit vielen Jahren niedergelassen. Und mein Weg hat die letzten Jahre auch stark über den Buddhismus und über den Dharma hergegangen und wie sich das beides gegenseitig beschreven und inspirieren kann. Und auf diesem Weg bin ich auch zu dem Institut für Esso-Kelletische Therapie gekommen, nach Hennig. Und da entstand die Idee zu dem heutigen Vortragsabend zusammen mit Wolfgang und Thilman. Ja, und ich freue mich, dass das jetzt soweit ist und dass wir jetzt heute hier zusammen sind. Dann möchte ich Ihnen unseren Referenten, Nama Thilman, vorstellen. Er ist Arzt und Meditationslehrer und hat seine Ausbildung als Meditationslehrer von einem sehr hohen, betannten, diebetischen Meister erhalten, Genni Wendtutsche. Und hat viele Jahre, ich glaube, 17 oder 18, in Frankreich gelebt. In Frankreich 25, insgesamt. Und im Kloster dann die Retriefer betreut, die da sich einer langen Zurückziehung unterziehen und dort leben. Und jetzt heute reist du und lehrst in verschiedenen Ländern in der Welt und übersetzt und schreibst und hältst Vorträge. Und dein besonderes Interesse ist, glaube ich, auch den buddhistischen Weg, das buddhistische Geistestrannien sozusagen in unsere Gesellschaft zu bringen. Ja, ich wünsche uns allen einen schönen Abend, einen inspirierenden Austausch und übergebe an Lama Thilman. Danke, Ellen, dir und dem ganzen Team. Ihr habt offenbar zusammengearbeitet jetzt auch in der Organisation des Abends. Und ich möchte euch ganz herzlich danken, auch den mir unbekannten Vermietern. In diesem wunderbaren Raum. Ich fühle mich ganz geehrt, vor so einem schönen Anblick sitzen zu dürfen. Ich hoffe, ich störe jetzt nicht. Ich hoffe, es ist ja bewundert und eigentlich. Ja. Und werde versuchen, Sie heute Abend auf eine kleine Reise mitzunehmen. Ich stelle es mir so vor, dass ich einen Einführungsvortrag gebe. Drei Viertelstunde etwa, Stunde maximal. Und danach ist der ganze Rest des Abends für Fragen und Austausch gedacht, sodass wir da nochmal auf Ihre konkreten Fragen eingehen können. Da wartet noch jemand. Die Austausche von Buddhismus und Psychotherapie gehen schon in die 70er Jahre zurück. In den USA, sehr verdient gemacht, haben sich die Mitarbeiter am Naropa-Institut in Boulder unter Trungpa Rinpoche. Aber es gab auch viele Austausche mit Zen-Meistern zu der Zeit. Und hier in Deutschland am Kamala-Shieler-Institut und anderen Orten gab es auch in den 80er Jahren, in den 90er Jahren immer wieder Begegnungen zwischen christlichen Lehrern und praktizierenden Psychotherapeuten, weil sich ganz offenkundig die Anliegen und Interessen überschneiden. Und ich selbst, gut, ich habe während meines Studiums ein großes Interesse an allem, was mit der Psyche zusammenhängt gehabt, habe mehrere Formulatoren in der Psychosomatik, in der Psychiatrie, in der Neurologie gemacht und ging aber dann den Weg am Ende meines Studiums mit meiner ersten Frau, die auch Therapeutin war, mich der Schulung des Geistes zuzuwenden über die Meditation. Wir sind in den Wald in Frankreich gegangen, haben uns eine kleine Hütte gebaut, wurden mit einem tibetischen Meister betreut und sind dann nach den ersten dreieinhalb Jahren Mönch und Nonne geworden, haben nochmal drei Jahre, drei Monate in einer Gruppe in Klausur verbracht und danach wurde ich gebeten von meinem Lehrer, Gendron-Huppertie, du hast ihn schon erwähnt, die Betreuung dieser Langzeitretreats drei Jahre, sechs Jahre zu übernehmen. Und immer wieder kam es vor, wir haben auch gleichzeitig ein Kloster gegründet, wir haben insgesamt 240 Wohnräume gebaut und das Kloster war für 50 Mönche, 50 Nonnen, wir hatten über 100 Retreatplätze und die freiwilligen Mitarbeiter. Und da gab es immer wieder Situationen, weil natürlich viele Hilfesuchende zu uns kamen, wo einfach nur buddhistische Lehre als Hilfe und Meditation nicht ausreichen. Und da ich dann der Arzt im Kloster war, war ich Ansprechpartner für all die schwierigen Situationen und kam mit meinem Wissen als Arzt, wie auch mit meinem Wissen als Dharma-Lehrer, als buddhistischer Lehrer ganz schnell an Grenzen und begann aus Notwendigkeit die Zusammenarbeit mit einigen örtlich ansässigen Psychotherapeuten aus Clermont-Ferrand-Rion unten an den Füßen des Zentralmassivs. Und es entstand eine Arbeitsgruppe und ich hatte 1989 auch schon Wolfgang Erhard kennengelernt, der hier hinten sitzt und Wolfgang ging seinen eigenen Weg, ist inzwischen niedergelassener Psychotherapeut in Bonn und kam immer wieder zu mir, lass uns doch Austausche machen zwischen Psychotherapeuten und buddhistischen Lehrern. Und das war damals ein heikles Thema. Heute ist das vielleicht irgendwie schon so gang und gäbe geworden, aber es gab jede Menge Berührungsängste. Ich weiß sehr gut, wie meine Kollegen im Kloster in dem Gefühl lebten, eigentlich müsste die buddhistische Lehre alleine, das buddhistische Geistestraining doch alles bearbeiten können, alles auflösen, alles wieder in Fluss bringen können, was sich um Neurosen handelt oder Psychosen oder was auch immer. Man hatte zunächst das Gefühl, die buddhistische Lehre sollte das doch eigentlich alles beantworten können und auf all die Notwendigkeiten eingehen können. Stimmt nicht. Erste Fehlannahme. Haben wir da mit der Zeit gelernt und da ich am Brennpunkt war, habe ich es etwas schneller gemacht, aber ich musste warten. Und so musste auch der Wolfgang warten, bis die Zeit reif war, um dann mit solchen Austauschen zu beginnen. Irgendwann war die Situation reif und wir hatten eine Menge motivierter Psychotherapeuten und eine ausreichend große Anzahl von buddhistischen Lehrern und haben zunächst im Deutschsprachigen und dann auf Französisch diese Austausche begonnen, wo wir uns jeweils jedes Jahr für vier, fünf, sechs, sieben Tage trafen und ganztägig miteinander gearbeitet haben. Ich mache die Geschichte jetzt etwas kurz. Auf psychotherapeutischer Seite gab es auch Berührungsängste, denn uns Dharma-Lehrern wurde gesagt, wir verstehen die Psychotherapeuten ja gar nicht. Wir sprechen eine unterschiedliche Sprache und zum Teil wurde uns Dharma-Lehrern auch Arroganz vorgeworfen, vielleicht nicht ganz unberechtigt, aber es war auch eine Berührungsangst, weil wir das Gefühl waren, wenn ich mich als Psychotherapeut einlasse darauf, mit einem buddhistischen Lehrer in die Diskussion zu kommen, dann vielleicht kommen wir zu Schlüssen, dass so manches, was ich mache, nicht so ganz den Standards entspricht und ich sehr viel ändern muss oder vielleicht gar mit meiner Ich-Stärkung völlig auf dem falschen Weg liege, weil die sprechen doch immer von dem Auflösen der Ich-Bezogenheit und es war eine Menge so Begrummel im Hintergrund, aber es gab viele, die als Psychotherapeuten bereits buddhistische Praktizierende geworden waren und eigentlich sich danach sehnten, ihr professionelles Wissen einzubringen und den Zentren auch zu helfen, den buddhistischen Zentren, mit den Krisensituationen umzugehen und auch Langzeitbetreuung für buddhistische Praktizierende anzubieten, wo sich das ja ergänzen könnte. Und die buddhistischen Lehrer waren inzwischen auch weichgekocht durch die Situationen und sahen, dass sie alleine mit ihrem Know-how auch nicht in der Lage waren, die Identifikationen zu meistern. Und so entstand ein sehr fruchtbarer Austausch. Und das war schon ein ziemliches Abenteuer, denn die Identifikation mit der eigenen Richtung ist schon ziemlich stark, sowohl bei Therapeuten wie bei buddhistischen Lehrern. Denken Sie doch nur daran, wie das unter Psychotherapeuten so war und zum Teil noch ist, welche Schule spricht nicht gern, mit welcher anderen Schule kriegt man die alle an einen Tisch. VTler, also Verhaltenstherapeuten, mit Psychoanalytikern und humanistisch Orientierten und so weiter, die haben das Gefühl, so unterschiedliche Ansätze zu haben, dass schon zwischen denen der Austausch schwierig wird und dann noch mit Lehrern, die aus einem religiös-buddhistischen Hintergrund kommen, die eine andere Form der Geistesschulung haben und eine ganz andere Sprache sprechen. Und dann denken Sie auch bitte daran, wie schwierig es oft ist, für buddhistische Lehrer oder Praktizierende von einer Sangha, von einer buddhistischen Gemeinschaft in die andere zu gehen und wie die übereinander sprechen und was da für Berührungsängste sind. Und unser Anliegen war, von Anfang an alle buddhistischen Traditionen zu integrieren und alle therapeutischen Richtungen niemand auszuschließen. Und so kam es in diesem Feld zu Begegnungen innerhalb der buddhistischen Traditionen. Also wir hatten eine Zen-Lehrerin dabei, eine Zen-Roshi, wir hatten einen langjährigen Theravada-Mönchen dabei, der heute niedergelassene Psychotherapeut ist, der lebt doch in Köln, der Akin-Chano, der war mit dabei, später dann, es waren viele andere dabei und so haben wir es geschafft, einen Austausch zu führen und aus ganz verschiedenen Blickwinkeln kamen wir zusammen und es konnte nur gelingen, wenn wir den Blick immer aufs Wesentliche, aufs Essentielle halten. Wenn wir uns an den Unterschieden aufhalten, natürlich auch, offenkundig wurden, dann war sehr schnell Distanz, Skepsis, wir mussten immer ins Erleben gehen. Im Erleben verstehen wir uns, denn die menschliche Psyche, die funktioniert überall etwa gleich. Wenn wir im Erleben bleiben und schauen, was da hilft, was da auch nicht nur kurzfristig, auch mittelfristig und langfristig hilft, was dann sogar, und das ist ein Anliegen der buddhistischen Lehrer, im Tod noch hilft und eventuell sogar noch über den Tod hinaus, wenn wir da im Erleben bleiben und nicht in die Dogmen hineingehen, in die Glaubenssätze, und wir dabei bleiben, was sich bewährt und was wirklich essentiell wesentlich ist, da konnten wir uns immer verständigen. Und da lagen die Welten plötzlich gar nicht mehr weit auseinander. Am Endpunkt dieser Entwicklung, oder jetzt dann schon wieder zurückliegend, ein Zwischenpunkt, war Wolfgang so mutig und hat eine Gruppe von Therapeuten um sich geschaut. Und ich habe auch mitgemacht und wir haben dieses Institut in Hennef gegründet, Essentielle Psychotherapie. Und da ist der erste Fortbildungszyklus schon abgeschlossen worden. Über drei Jahre treffen sich die erste Gruppe, das waren neun Therapeuten, Therapeutinnen und jetzt sind es elf im Moment, die da in Fortbildung sind. Das ist ein dreijähriger Zyklus mit, wenn man Zeitstunden rechnet, 400 Zeitstunden Fortbildung plus Übervisionsstunden und so weiter, der Peergruppenarbeit. Und da kommen wir jetzt gerade aus solch einer Fortbildung kommen wir jetzt gerade heute Abend hier hin. Und einige, die diese Fortbildung schon gemacht haben, sitzen im Raum, andere sind jetzt gerade dabei. Und ich möchte Ihnen jetzt etwas erzählen aus den tatsächlichen Überlappungen, die wir feststellen können. Und vielleicht daraus sind Unterschiede. Zunächst mal haben wir Psychotherapeuten und buddhistische Lehrer, ich nenne sie jetzt mal Dharma-Lehrer, weil es geht um Dharma, es geht um das Erkennen von dem, was wirklich befreit. Dafür nehmen wir im buddhistischen Kontext den Ausdruck Dharma, weil wir verstehen uns gar nicht so als Vertehrte einer Glaubensrichtung, sondern eines inneren Forschens, was zum Verstehen führt. Und da haben wir schon etwas Gemeinsames mit den Psychotherapeuten, die auch innerlich forschen, um zu einem erkennenden Verstehen zu kommen, das zu einer inneren Lösung führt. Und alle wollen wir helfen. Und alle wollen wir möglichst so helfen, dass es langfristig wird, dass es nicht wieder zusammenbricht. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Nun ist aber ein Unterschied. Die buddhistische Geistesschulung arbeitet mit dem Einzelnen, gibt Hilfestellung und dann geht der Einzelne zu sich nach Hause und wendet die Übung an. Die eigene persönliche Praxis. Da ist dann keine Hilfestellung mehr. Und in der therapeutischen Praxis haben wir die Situation, dass der Therapeut das Bewusstsein des Klienten, der Klientinnen, stützt und hält in dem Bereich, wo es etwas zu erforschen gibt, wo es etwas zu erkunden gibt. Und genau diese Unterstützung, die braucht es. Da findet die erste wesentliche Ergänzung statt. Wann braucht jemand aus buddhistischer Sicht eine Psychotherapie? Das ist, wenn es zu Hause nicht gelingt, meine Aufmerksamkeit ausreichend zu stabilisieren, um die kritischen Bereiche in mir anzuschauen und da tatsächlich ins Fließen zu kommen, in den Prozess zu kommen. Ein Prozess, der zu einer inneren Lösung führt. Man kann jahrzehntelang meditieren und dabei noch seine Schattenzeiten verleugnen. Das schaffen doch einige. Meditation ist nicht nur super, um zu verstehen, sondern auch gut geeignet, um zu verdrängen. Und wer sich selbst da auf die Spur kommt und merkt, ich mache mir in der Therapie was vor oder ich schaffe es gar nicht, meinen Geist so stabil zu halten, dass ich in die wirklich wichtigen Bereiche hineinkomme, der tut gut daran, sich kompetente Unterstützung zu holen, um das im Zweierprozess immer wieder zu erleben und dann auch zu Hause zu arbeiten, aber zu wissen, einmal in der Woche kann ich zu jemandem gehen und arbeite da weiter. Und dann arbeitet das in mir weiter. Ich mache auch meine innere Praxis, meine Übungen, therapeutische und Gewahrseinsübungen. und mit dieser engen Betreuung da kann ich innere Schritte verziehen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Wir Dharma-Lehrer sind nicht für diese enge Betreuung ausgebildet. Das gehört gar nicht zum Konzept dazu, für was wir eigentlich ausgebildet sind. Wir sind ausgebildet in unserer eigenen Praxis zu einem Verständnis zu kommen, dieses Verständnis möglichst praxisnah darzustellen, sodass andere in derselben Richtung forschen können und Erfahrung machen können. Dann kommen die mit ihren Erfahrungen und wir antworten darauf und geben weitere Instruktionen. Das ist der normale Prozess. Da sehen wir schon, dass ich zum Beispiel sehr, sehr froh bin, wenn ich weiß, dass meine Dharma-Schüler, Dharma-Schülerinnen zusätzlich therapeutische Begleitung habe, um in emotionalen Bereichen, wo sie Unterstützung brauchen, diese Unterstützung auch zu bekommen. Weil dafür bin ich nicht ausgebildet, das kann ich nicht, das ist eine Überforderung, das brauchte überhaupt auch erstmal einige Jahre, bis ich das mir und anderen wirklich eingestanden habe. Ich dachte, vielleicht geht es ja doch. Und ich hatte manchmal, hatte ich auch Erfolg und manchmal halt nicht. Und das liegt auch daran, wie das Setting ist. Und dieses Setting, dass man regelmäßig kommen kann, ist etwas ganz Wesentliches, was dazu kommt. Was bringen wir denn von Dharma-Seite aus ein? Wir bringen etwa einen ganz großen Schwerpunkt ein, der Gewahrseinsschulung. Der Kernbereich der buddhistischen Lehre ist das Entwickeln von Gewahrsein, von einem liebevollen Gewahrsein. Es dreht sich alles um die Einheit von Mitgefühl und Weisheit. Und da gibt es viele, viele Übungen dazu, wie wir das in uns entwickeln können und wie dieses Gewahrsein zu einer immer tieferen Sicht, zu einem immer tieferen Verstehen der Strukturen unserer Existenz führt. Die bekanntesten Elemente, die da untersucht werden, ist der Wandel, die prozesshafte Natur allen Erlebens. Vergänglichkeit genannt. Aber Wandel oder Unbeständigkeit ist noch zutreffender. Wir untersuchen in allen, in den Emotionen, die auftauchen, in den Gedanken, in Eindrücken, in Empfindungen, in allem Erleben halten wir den Blick auf diese grundlegende Dynamik des Seins und dadurch entsteht ein inneres Fließen. Wir schulen den Geistern achtsam zu bleiben, unabgelenkt zu bleiben. Die Achtsamkeitsschulung ist ganz elementar in der buddhistischen Geistesschulung und hilft dann, wenn jemand in Therapie geht, enorm, weil der Geist kann leichter dabei bleiben. Da entdecken wir eine Komplementarität und heutzutage in den letzten 20, 30 Jahren haben wir viele moderne Psychotherapien die Achtsamkeitsschulung integriert und gemerkt, das braucht es, das braucht es, damit die Patientin, der Patient, der Klientin weiter arbeiten kann, dabei bleiben kann. Und da gehen die Übungen ineinander über. Und auch in der Psychotherapie geht es um Gewahrsein. Es geht um ein tiefes Verstehen, das kann begrifflich, konzeptuell, intellektuell sein, es kann auch ein intuitives Verstehen sein, aber es muss ein transformierendes Verstehen sein. Darauf kommt es immer an, dass das, was wir verstehen, über die Muster, in denen wir stecken, über andere Möglichkeiten, die wir haben, neue Sichtweisen, die uns zur Verfügung stehen, dass das tatsächlich zu einer Änderung unseres Denkens und Verhaltens wird. Dadurch erst kommt die Erleichterung im Leben, im Umgang mit alltäglichen Situationen, dass wir in der Lage sind, hilfreichere Sichtweisen einzunehmen und anders dann zu kommunizieren, anders zu handeln. Und darin sind die Psychotherapeuten ziemliche Experten geworden. Ich sehe es aus buddhistischer Sicht so, dass wir Dharma-Lehrer ziemlich gut da drin sind, die grundlegenden Wesensmerkmale der Existenz zu untersuchen, zu beschreiben, als der Wehre, zum Beispiel der Wandel, die grundlegenden Muster von Anhaften und Ablehnen, wie immer wieder das Fixieren zu einer Vergegenständigung führt, wie das Loslassen von Fixierungen zu einer Verflüssigung des Erlebens führt, dass es im Grunde genommen nichts Fassbares gibt, das nennen wir das Nicht-Selbst und die Leerheit, dass es im Grunde genommen in allem Erleben keinerlei wirklich bleibende Substanz gibt. Diese Analyse kann, wenn sonst keine emotionalen Probleme vorliegen, befreiend wird. Wenn aber emotionelle Verknotungen vorliegen, wird zum einen schon mal diese Analyse gar nicht so ausgeführt, wie es eigentlich unterrichtet wird. Und zum anderen werden die Erkenntnisse knallen immer wieder vor die Wand dieser emotionalen Muster. Es ist nicht so, wie wir es zunächst mal gedacht haben, dass ein Verstehen der grundlegenden nicht-fassbaren Natur der Dinge wirklich dann in kurzer Zeit, in wenigen Jahren dazu führt, dass auch die emotionalen Verstrickungen sich alle auflösen. Es gibt ein partielles Erwachen, würde ich das mal nennen, wo es ein partielles Verstehen gibt, was sich nicht voll integriert in den Kontakt mit anderen Menschen, in mein emotionales Erleben, wenn ich zum Beispiel in die Familie zurückkehre oder herausgefordert werde durch harte Kritik oder wie auch immer herausgefordert bin auf der emotionalen Ebene. Und da sind die Psychotherapeuten zu Hause, das ist ihre tägliche Arbeit, damit kennen sie sich aus, dafür sind sie ausgebildet und darin wachsen sie im Laufe ihrer Berufserfahrung zu immer kompetenteren Begleiter in dem Auflösen einengender emotionaler Strukturen, zum Teil auch kognitiver Strukturen, aber meistens handelt es sich ja um belastende Erfahrungen, die enorm Ängste auslösen, wo es zu Bedürfnissen von einem kommt, zu Verdrängungsmechanismen, zu Projektionen, Übertragungen und so weiter. Diese ganzen Phänomene, in dem Bereich bewegen sich Psychotherapeuten, sie haben ein starkes Gefühl dafür, mit ihren Klienten Lösungen anzuforschen, ohne sie vorzugeben, sie lassen die Antwort normalerweise von innen kommen, geben normalerweise nicht vor, sie sind nicht direktiv in ihrem Vorgehen. Buddhistische Lehrer sprechen die ganze Zeit über die Lösung, sprechen die ganze Zeit darüber, wie es sein könnte, wie es zu sein hat, ist ein ganz anderes Vorgehen, hat auch was Gutes, kann sehr inspirierend wirken, kann sehr klärend wirken, aber hat den Nachteil auf, dass wenn man aus einer buddhistischen Unterweisung rauskommt, dass die Ansprüche, die ich an mich stelle, noch größer geworden sind und dass ich wie mit der Zeit unter dem Berg der Ansprüche, der Idealvorstellung, mit der ich mich messe, wie zusammenbreche, bis einfach zu viel wird. Sassen Sie schon mal in der Unterweisung über Bodhisattas, über die praktizierenden, buddhistische Praktizierenden, die Leben um Leben wiederkommen wollen und ins Feuer der Höllen gehen werden und in die Kälte des Eises und so weiter und wiedergeboren werden, bis auch der Letzte befreit ist. Also so richtig, ein ganz tolles Ideal des Mitgefühls, was nicht nur für dieses Leben bedeutet, sich voll und ganz zu geben, sondern sogar noch für alle zukünftigen Leben. Wenn man in so einem Umfeld lebt und solche Unterweisungen bekommt, können Sie sich vorstellen, was mit jemandem passiert, der ohnehin schon unter einem drückenden Über-Ich leidet, also unter dem drückenden Gefühl, nie den Ansprüchen seiner Eltern genügt zu haben, diese Ansprüche aber internalisiert, verinnerlicht zu haben und immer zu versuchen, dem gerecht zu werden. Und dann auch noch solche Unterweisungen von verehrten buddhistischen Meistern und Meisterinnen, da braucht es ein anderes Vorgehen, da braucht es eine andere Art die Lehre darzustellen, da braucht es aber auch ein zusätzliches therapeutisches Arbeiten, was viel intuitiver ist, viel mehr von innen herkommt, Raum lässt, die Dinge herauszufinden, viel weniger direktiv geht, das Selbstvertrauen stärkt, das Vertrauen in den eigenen Geist und da treffen sich die Bereiche wieder, denn buddhistische Geistes schlug baut auf dem Vertrauen in den eigenen Geist auf. Wir nennen das ganz einfach jeder kann erwachen, wir brauchen ihm gar keinen Namen zu geben, jeder kann erwachen, jeder kann die Freiheit in sich finden, die unser ureigenes Gut ist. Das geht schon seit dem Buddha, Buddha Shikyamuni vor zweieinhalb tausend Jahren, gab es nie einen buddhistischen Lehrer, der gesagt hätte, jemand könne das Erwachen nicht erlangen. Alle stützen sie uns immer darin, weil ein tiefes Wissen weitergereicht wird, dass wir im Grunde alle gut sind, dass wir im Grunde genommen alle schon dieses Erwachen in uns tragen, dass es auch gar nichts ist, was wir zu erzeugen haben, sondern nur etwas, was wir zu erzeugen haben. Und da treffen wir uns mit den humanistischen psychologischen und psychotherapeutischen Ansätzen, die man heute unter den ressourcenorientierten Therapieformen zusammenfasst, wo auf die Qualitäten, die innenwohnenden Qualitäten der Klienten Bezug genommen wird. Und mit denen wird gearbeitet, mit der Liebesfähigkeit, die in jedem von uns ist, mit der Fähigkeit, Dankbarkeit zu spüren, Vertrauen zu entwickeln, dass wir glauben und es wissen aus eigener Erfahrung, dass hinter jeder Verwirrung, unter jeder Verstrickung und was auch immer das Verrücktsein ist, was uns gerade plagt, dass da ein wirklich gesunder Mensch wartet darauf, entdeckt zu werden. Und diese neuen Ansätze der Psychotherapie sind von der Haltung her deckungsgleich mit dem uralten Ansatz der buddhistischen Geistesschule. Und so ist das Anliegen, dass das Know-how in diesem täglichen Umgang mit den Mustern, den emotionalen Mustern, in denen wir uns verstricken, zusammenkommt mit der Schau der essentiellen Wesensmerkmale unseres Lebens, der nicht fassbaren Natur, mit dem ständigen Wandel, der fließenden Natur aller Erfahrungen, dass unser Geist und der Gewahrsein im Grunde genommen so weit ist wie der Himmel, dass es dort keinerlei Mittelpunkt zu finden gibt. Kein Ich, was sagt, ich bin die Mitte dieses Himmels, dieser Weite unseres Gewahrseins. Dieses Wissen, das tatsächlich dann zum Eintreten in das zeitlose non-duale Gewahrsein führt, dieses Wissen um die tiefste Dimension unseres Geistes zusammenzubringen mit dem Wissen, um wie man die alltäglichen emotionalen Muster löst, wie man da in der Tiefe arbeitet und das vielleicht zu harmonisieren, den Weg ins Erwachen, zu harmonisieren mit einem Weg der Heilung, der psychischen Heilung. Diese Wege zu harmonisieren ist das Anliegen jetzt von mir und von dem, was wir im Institut der Essentiellen Psychotherapie machen, aber es hat sich dann herausgestellt, dass wir da eigentlich gar nichts zusammenzuführen brauchen. Das ist das absolute Abenteuer, die abenteuerliche Entdeckung, die wir immer wieder machen. Wir kommen gerade heute aus einem Tag mit einer Kölner Focusing- Therapeutin. Astrid Schillings ist Focusing- Therapeutin hier in Köln und sie hat ein Institut für Fortbildung und wir haben heute wieder daran gearbeitet, wie dieses forschende Betrachten im Erleben zu bleiben und im Erleben die prozesshafte Natur des Erlebens zu erfahren, wie das identisch ist mit dem, was wir aus buddhistischer Sicht das Entdecken der Leerheit und der wechselseitigen Bedingtheit aller Phänomene nennen. Das alles Erleben immer in Wechselbeziehung ist und das Lernen immer stattfindet durch Berührung, durch Sinneserfahrung, durch Ausprobieren im Bezug einer Umwelt und dass wir gar nicht voneinander sagen können Sie sind getrennt von mir. Schon im Atmen derselben Luft, schon im Hören von Klängen, schon im Anschauen sind wir ständig miteinander in Resonanz. Und diese Tatsache, dass wir eigentlich Resonanzwesen sind, die sich entwickeln in ständiger wechselseitiger Beeinflussung, die nannte der Buddha An Atta oder An Atman das Nichts Selbst. Damit meinte er aber nicht, dass es kein Ich gibt, sondern er meinte damit, dass es kein abgegrenztes Selbst gibt. Jemand, der sagt, ich existiere ganz allein. Es gibt Existenz nur in Wechselwirkung. Kinder, Säuglinge wachsen auf in Wechselwirkung. Wir lernen zu gehen, weil wir fallen, weil wir mit den Kräften arbeiten, weil wir gehalten werden und Versuche machen. Alles lernen, alles, ob wir trinken, ob wir essen, ob wir atmen, ob wir schauen, ob wir hören, alles ist immer in Wechselwirkung mit anderem und diese Wechselwirkung wirkt in uns und beeinflusst uns. Wir sind keine konstanten Lebewesen, ich ja zum Beispiel ein konstanter Thilmann, der irgendwie innerlich konstant bleibt, obwohl sich drumherum alles verändert. ich verändere mich in ständiger Wechselwirkung mit allem, was ich erlebe und ich werde heute verändert hier rausgehen, ich verändere mich in jedem Moment, wo ich zu ihm spreche. Und dieses Wissen um den Wandel ist zum Beispiel entscheidend in solchen Methoden wie Focusing, dass wir hineingehen in den Prozess und aufspüren, wo dieser Prozess durch Fixierungen blockiert ist, wo Annahmen über zum Beispiel jemanden, der mich geärgert hat, bestehen oder über mich selbst, die mich blockieren, darin neue Wege, Lösungen zu finden für dieses Erleben. Wir gehen hinein, wir spüren das Erleben, wir spüren den Konflikt, wir halten den Konflikt im Gewahrsein, das ist genau das, was die buddhistische Geistesschulung auch machen würde. Wir halten es und indem wir es bemerken, halten können, mit dem ganzen Wesen spüren, beginnen wir den Wandel zu spüren, wir beginnen zu spüren, wie lebendig das alles ist. Und da begleitet der Psychotherapeut in Richtung von Klärung dieser emotionalen Muster und der Darmelehrer begleitet in Richtung Klärung der grundlegenden Muster unserer Existenz. Beides braucht es. Beides führt zur Freiheit, beides trägt dazu bei, dass wir wach werden, frisch werden, in dieses Fließen kommen, von dem sowohl in den modernen Psychotherapien wie in der buddhistischen Geistesschulung die Rede ist. Vermutlich sind sie sehr vorgebildet, ich wiederhole es aber trotzdem, das Konzept eines stabilen Ichs hat die moderne Psychologie schon längst aufgegeben. Schon zu meiner Zeit, als ich studierte, wurde uns ein Konzept des Ichs, der Person, gelehrt, wo es um den ständigen Austausch, das ständige Neufinden des Gleichgewichts ging. Und das ist heute noch viel differenzierter geworden, was wir eigentlich welchen Namen ist das verbunden? Mit Das kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, wer das damals war. Wolfgang, kannst du da kurz darauf antworten? Welche Prozessorientierte eine andere ist ein Prozessorientierte ist nicht ein festen Gernübster, der für sich allein existiert. Also heute wäre das zum Beispiel ein Gentleman für Focusing, es wäre Assay für die Psychosynthese, es sind die modernen einfach Wissenschaften auch die Wissenschaft der Wahrnehmung, wie Sinneswahrnehmung stattfindet, hat das ganze Konzept verändert von dem, was wir ich nennen. Was ich jetzt zitiert habe als Lehrmeinung, das stand damals schon in den psychologischen Lehrbüchern. Ich kann mich nur an Carl Rogers und der gleichen erinnern, aber ich weiß nicht, ob es bei denen stand. Da müssten andere nachhelfen, aber wenn wir da unter Psychotherapeuten drüber sprechen, ist dieses Konzept eines in sich abgeschlossenen X, was unabhängig von äußeren Einflüssen ist, gar nicht mehr anzutreten. Das gibt es gar nicht mehr. Alle Arbeit mit einem dynamischen Konzept von Persönlichkeit, die sich entwickelt. Und es geht um Entwicklungsstadium, es geht um Entwicklungsblockaden, es geht um Muster, es geht um das Kreisen immer wieder kehrenden Mustern, aber das, wogegen der Buddha damals gewettert hat, diese Vorstellung eines stabilen X, dagegen braucht man heutzutage gar nicht mehr zu wettern. Das ist nicht mehr Thema. Das mag in religiösen Kreisen noch sehr Thema sein, wenn man den Seelenbegriff zu stabil versteht, dann kann es sein, dass man da mit dieser Vorstellung noch zu tun. Aber eigentlich haben wir gemerkt, dass wenn wir uns über die Essenz ausgetauscht haben, was ist denn nun ein Ich, was ist eine Person, dann ist doch klar, dass das, was ich Ich nenne, ständig jemand anderes ist. So ähnlich wie ein Fluss, den wir zwar reinnehmen, aber der keine Sekunde derselbe rein ist, weil ja immer neues Wasser durchfließt. Ufer verändern sich, der Grund verändert sich, die Umgebung, Wetterwolf und so weiter, die Fische, alles verändert sich. Trotzdem ist es immer der Reim. Und es war auch schon vor 50 Jahren der Reim. Und es war schon vor langer Zeit mit etwas anderem Namen war es der Reim. Aber nie derselbe Reim. Nicht ein Moment. Und das ist ein altes buddhistisches Beispiel für das, was wir ein Ich nennen. Wir sind vergleichbar mit einem Fluss. Und dieser Fluss ist von einem Moment zum anderen erkennbar ähnlich, sodass wir es mit demselben Begriff bezeichnen. Wenn Sie mich morgen in dieser Treffen, bin ich immer noch recht ähnlich, so wie ich heute bin. Sie können mich mit demselben Namen anregen und ich werde darauf reagieren. Das sind die Konventionen, dass wir Ähnliches mit einem Begriff belegen können. Und was der Buddha wollte, ist, dass wir innerhalb dieses Ähnlichen und scheinbar Gleichen die ständige Veränderung bewirken. In dieser ständigen Veränderung liegt der Schlüssel dazu, dass wir nie feststecken, dass wir nie in einer wirklichen Sackgasse landen. weil die vermeintliche Sackgasse ist eine vorgestellte Sackgasse. Das Leben selbst, das Erleben selbst geht immer weiter. Und wenn wir es zulassen, dass wir dieses Erleben nicht mit fixen Vorstellungen immer wieder einengen, dann vollzieht sich dieser Prozess. Vollzieht sich ein Prozess, den wir durch unsere Kräfte der Liebe, des Mitgefühls, des Verstehens, all diese Kräfte, die da wirken können, können wir diesen Prozess gestalten. So war es, einen kleinen Moment, wir kommen dann nachher zu der Phase mit Fragen und Antworten. Und so war es eigentlich ein Entdecken für uns, dass wir Psychotherapeuten und Damelehrer immer wieder über dasselbe reden und ganz überrascht sind, und da sprach ich zum Beispiel, als ich anfing in diese Austausche zu gehen, da sprach ich über das Auflösen der Ich-Bezogenheit. Dann sagten die Therapeuten, das kannst du nicht bringen, wir müssen Ich-Stärkung betreiben, dann haben wir uns aber, das hört sich ja so unterschiedlich an, dann haben wir uns darüber und was meint ihr denn mit Ich-Stärkung? Ich-Stärkung ist, hat mit Selbstvertrauen zu tun, hat mit der Fähigkeit zu tun, Schwierigkeiten zu meistern, dazu braucht es eine gewisse Ausdauer, eine gewisse Achtsamkeit, es braucht Geduld, es braucht ein Verstehen können, eine gewisse Klarheit des Geistes, es braucht auch eine Offenheit, eine Bereitschaft, einen gewissen Mut und so weiter. Wir haben die ganz normalen Fähigkeiten, die man braucht, um sein Leben zu meistern, um das mit einem gewissen Vertrauen zu tun. Ich habe zugehört und habe gedacht, das ist doch interessant, wenn man das so nimmt, dann sind doch, ja, dann ist doch ein Buddha eigentlich jemand mit dem absolut stärksten Ich. Ha? Der, der, der seine Ich-Bezogenheit aufgelöst hat, ist der mit dem stärksten Ich? Merken Sie, ist ja nur ein scheinbares Paradox. Nehmen wir doch mal das Ich aus einer anderen Perspektive. Wenn ich jetzt während des Vortrags total Ich-bezogen wäre, würde ich hier rot anlaufen, ich würde vergessen, darüber ich zu sprechen habe, ich wäre blockiert, Ich würde mir im Wege stehen. Die Ich-Bezogenheit, also eine Fixierung auf mich selbst als Zentrum des Universums, die führt immer wieder zu Blockaden. Wenn ich aber im Austausch mit Ihnen bin und die Motivation fließen kann und ich in Ihren Gesichtern lese und sich dadurch der Vortrag weiter entwickelt, dann fließt der Vortrag einfach und ich bin ganz überrascht, was da so alles ins Fließen kommt. Das ist eine recht spontane Aktivität und genau das ist es, wie man auch das Erwachen beschreibt. Es gibt zum Beispiel in der buddhistischen Schule gibt es die Lehre von den sechs Parameters, den sechs befreienden Qualitäten, die ins Erwachen führen, Ausdruck des Erwachens sind. Die gemeinsame Wurzel dieser sechs befreienden Qualitäten ist die Liebe, Mitgefühl, diese Herzensgüte und daraus kommt es zu Freigebigkeit, zu heilsamem Verhalten, zu Geduld, zu freudiger Ausdauer, freudiger Energie, zu meditativ, geistiger Stabilität und zu Weisheit. Na, da haben wir schon alles, was wir brauchen für ein stabiles Ich. Die Beschreibung eines Buddhas haben wir dann entdeckt, ist die Beschreibung von jemandem, der bei den größten Herausforderungen Lösungen findet, entspannt bleiben kann, nicht mit Panik reagiert, nicht mit einer verkrampften Identifikation, sondern offen bleibt, schaut, in Übereinstimmung mit der Situation, blitzschnell handeln kann, ohne durch irgendetwas blockiert zu sein. Und dann haben wir das mal so, so haben wir uns angenähert, das ist dann jetzt nur ein kleines Beispiel, wie wir uns in der Diskussion angenähert haben und entdecken immer wieder und diese Abenteuerreise geht weiter, dass all diejenigen, die sich drum kümmern, wirklich aus dem Erleben heraus andere Menschen und sich selbst zu helfen, in Offenheit hineinzufinden, in gelöstes Sein, dass wir immer wieder vom Selben sprechen. Wir gehören gar nicht zu verschiedenen Welten. Zu Anfang dachten wir, Buddhismus und Psychotherapie müssten wir zusammenbringen. Das ist gar nicht der Fall, wir müssen uns nur verstehen. Wir brauchen da gar nichts zusammenzubringen, wir brauchen nur das eigentliche Anliegen zu verstehen. Und das macht es für mich total leicht. Heute, nachdem dieser Prozess des Austausches schon ein Dutzend Jahr oder länger gedauert hat, fühle ich mich total wie ein Fisch im Wasser, wenn ich in Dotherapeuten bin und kann die Therapeuten innerhalb der Szene der buddhistischen Lehre vertreten. Inzwischen sind auch ganz viel westliche buddhistische Lehre in Kontakt mit den westlichen Psychotherapien gekommen. Einige haben zusätzlich therapeutische Ausbildung gemacht. immer mehr Menschen verstehen, dass da gar kein Widerspruch ist. Die Akzente sind anders. Es gibt Akzentverschiebungen, je nachdem, wo ich mehr arbeiten möchte, wo ich mein Gewahrsein mehr hinrichten möchte. Da gibt es Unterschiede. Ein Yogi, der sich ins Retreat zurückzieht, arbeitet, nachdem er zunächst mal die emotionalen Muster geklärt hat, an einem tiefen Verstehen ein tiefen Durchdringen der Grundmuster des Seins. Wer sich aber in eine Beziehung hineingeht und im Arbeitsleben steht, muss sich den ganzen Herausforderungen dieser Situation stellen. Da braucht es auch dasselbe Gewahrsein, aber es richtet sich auf andere Herausforderungen aus. So, das wäre jetzt von meiner Seite aus der kleine Einstiegsvortrag und jetzt leite ich Sie ein, Fragen zu stellen, damit ich keinen längeren Monolog mehr halte. Ich wollte eine Bemerkung machen zu dem Bild, was Sie zum Ich gebracht haben, dass es alles im Fließen ist. Dagegen steht ja eigentlich dieses Erleben oder dieses Gefühl oder diese Gewohnheit zu sagen, ich bin ich. Als ganz massives Erleben, was zunächst mal gar nicht aufgelöst werden kann. Und das fällt man ja auch immer wieder zurück. Immer wieder. Weil das ist die ganz starke alte Gewohnheit, zu sagen, so wie ich das erlebe, erlebe ich mich als abgetrennt von dem Anderen. Genau. Und das ist das Grunddilemma menschlichen Satz. Was Sie da beschrieben haben, damit schlagen wir uns alle rum mit dem erlebten Gefühl von Getrenntheit, mit dem Gefühl eines Ichs in Abgrenzung zum Anderen. Und egal wie wir es angehen, wenn wir ins Erleben gehen, durch welche Eintrittsvorte Und auch immer merken wir, dass wenn wir forschen, in unseren Sinneswahrnehmungen, in unseren Gefühlen, in unserem Denken oder einfach eben Gewahrsein, wie es aus sich heraus ist, dass wir nichts finden, was statisch wäre. Und so allmählich mit diesem Forschen korrigiert sich unsere Haltung, diese Annahme eines stabilen Ichs beginnt ein bisschen brüchig zu werden, aber auch eine sympathische Art, es gibt ein bisschen mehr Luft zu atmen, es ist nicht gleich so panikerregend. Und wenn wir tiefer gehen, kommen wir auch in Bereiche, wo die uns dämmernde Erkenntnis auch Ängste auslöst. Wer bin ich denn, wenn ich etwas Stabiles? Wen gibt es denn da, wenn ich nicht denke? Wen gibt es denn in den Denkpausen, in den Frühpausen? Wer bin ich denn da? All diese Fragen tauchen auf und finden dann durch das fortgesetzte Gebare Erleben ihre Antwort. Bitte, weitere Fragen. Trauen Sie sich. Ich bin sehr beeindruckt von dem, was Sie erzählen, besonders weil ich auch Psycho-Experiencing-Therapeut bin. Das ist eine Methode, die auch den Film ist geklaut, kann man sagen. Ja, genau. Und dann das vielleicht ein wenig weiterentwickelt, als die Traumatherapie übersetzt. Und was mich interessiert oder was ich gerne ansprechen möchte, es gibt ja sehr viele psychotherapeutische Methoden, die noch in diesem Gewahrsein arbeiten. Und vielleicht sitzen hier sehr viele Therapeuten, denen wollte ich einfach sagen, dass es ein unfassbarer Unterschied ist, wenn man mit Klienten so arbeiten kann, dass man tatsächlich in diesem Fallseins, in diesem Gewahrsein, in diesem Jetzt, wo sich plötzlich wirklich Probleme, die es in der Zukunft auch nicht gibt, weil im Jetzt, im Moment eigentlich sämtliche Probleme sich auslösen. Und es ist jedem eigentlich zugänglich, wenn man das erlernt hat. Also, das hat mir jetzt drei Jahre ungefähr gedauert und ich bin schon fort und weiter bin. Aber es ist nicht aus der Welt. Und es ist etwas völlig anderes, als ich vorher in der Falle in der Therapie und in der Gestalt und was ich alles gemacht habe. Das wollte ich noch mal dazu weiter. Ja, tatsächlich ist der Ansatz des Somatic Experiencing von Vita Levin sehr, sehr nahe der Dharma Praxis und einige meiner besten Freunde sind dabei, als Dharma Lehrer zusätzlich noch eine SE-Ausbildung zu machen. Gleichzeitig möchte ich aber auch für die anderen Therapieformen eine Lanze brechen, zum Beispiel für die klassische Psychoanalyse oder welches Verfahren auch immer, denn eigentlich arbeiten alle im Jetzt. Wir denken, die Psychoanalyse würde mit Vergangenem arbeiten, aber sie arbeitet, in dem jetzt nehmen wir mal ein ganz klassischer, auf der Couch und der Analytiker sitzt dahinter. Was passiert? Jemand legt sich hin, entspannt sich, so gut es geht, nimmt mit einem Thema Kontakt auf, sei es ein Traum, sei es etwas anderes und geht in die Übung des freien Assoziations, geht hinein zu spüren, was damit alles verbunden ist. Diese Arbeit und auch wenn es sich um ein Leben handelt, was mit der Mutter vor 40 Jahren stattgefunden hat, diese Arbeit ist eine Arbeit im Jetzt und der Analytiker bleibt im Jetzt mit dem Klienten und begleitet dieses explorative Spüren und Fühlen im Jetzt, wobei natürlich kognitive Prozesse stärker sind bei den Analytikern. Da kann auch mal eine Interpretation reingereicht werden und das ist ein anderer Ansatz, aber sie arbeiten auch mit dem Gewahrsein dessen, wie die Dinge zusammenhängen und wie sie sich stimmig anfühlen. der Analytiker kennt den Moment, wenn im Feld Sens ein Wechsel stattfindet im Erleben und da kommt dieses Aha. Da tut sich etwas auf, da ist ein Verstehen und dieses Verstehen wirkt befreiend. Ich sage das deswegen, weil wir buddhistischen Lehrer gehen ja so stark ins Erleben. Wir möchten immer schon im Erleben, im Jetzt sein, im Hier und Jetzt, davon sind wir ja auch bekannt geworden, also als große Richtung, die buddhistische Tradition und dann dachten wir natürlich, na die Analytiker, ob das so zusammengeht mit dem buddhistischen Weg und dann kamen Analytiker in unsere Austausche und das war total bereichernd und Analytiker haben sich auch bereit erklärt und die Agine Schäber aus Bremen ist Lehrtherapeutin bei uns auch am Institut für essenzielle Psychotherapie wir haben gelernt, dass wir ganz viel gemeinsam haben und dass es ein Fehler wäre, diese Kompetenz, diese feine Kompetenz im feinen Hinschauen und Aufspüren von Übertragung, Gegenübertragung, Verdrängung und desgleichen diese Kompetenz dürfen wir nicht über Bord werden, da ist etwas ganz Wesentliches entwickelt worden in der westlichen Psychotherapie, es wäre schade, wenn wir so tun würden, das ginge nicht und ich kann dir jetzt auch noch ein kleines Plädoyer für die Verhaltenstherapie halten, das spare ich mir, weil es geht Ihnen ja eigentlich nur darum zu betonen, wie stark das Erleben im Jetzt alle Lösungsmöglichkeiten zeigt, im Jetzt, in unserem jetzigen Erleben, wenn wir das halten, dann tun sich so viele Möglichkeiten auf, wie sich dieser Prozess weiterentwickeln kann und darin kommt es zu den Lösungen immer im Jetzt Ich habe irgendwo noch eine andere Hand hoch schneiden sehen Was Was ist ein stabiler belastbarer Mensch Ein stabiler belastbarer Mensch der in den großen Herausforderungen gute Lösungen findet für sich und alle anderen Beteiligten Das wäre doch so jemand der hat eine Ich Stärke der hat wirklich was entwickelt und der sitzt nicht mehr in emotionalen Mustern fest die ihn in kaum wird es ein bisschen brenzlig ist er blockiert Die Muster sind aufgelöst und der Geist ist so frei kreativ verschiedenste Möglichkeiten anzudenken und die dann auch noch umzusetzen also er ist auch noch frei im Handeln nicht nur im Denken und das ist so wie man ein Erwarten beschreibt und deswegen mache ich mir einen kleinen Spaß daraus zu sagen der Buddha ist für uns zum Beispiel für jemanden mit dem stärksten nicht einfach damit diese blöde These man könne doch nicht den Dama praktizieren bevor man nicht das Ich gestärkt hätte erst dann kann man es auflösen ich höre so blöde Sachen manchmal das ist einfach weil man sich nicht zugehört hat bloß weil das Wort Ich auftaucht denkt man man spricht über dasselbe dabei spricht man gar nicht über Sinn das ist so dieser Irrtum und dann hört man das Wort Leerheit und denkt das wäre alles leer und so es gibt so viel Irrtümer das ist die Fülle der Qualitäten gemeint mit dem Wort Leerheit die im Erleben zum Vorschein kommt und wo es nirgendwo ein stabiles Ich zu finden gibt das ist so wie wenn ich in ein Zimmer gehe und ich suche sie da drüben im Zimmer sie sind nicht da und ich gehe raus und sage das Zimmer ist leer und das Zimmer ist aber nur leer von ihnen da ist nicht jede Menge Zeugs drin aber diese Leerheit dass es leer von einem Ich ist sie wird immer missverstanden als ob man in eine Art nihilistisches nichts eintauchen wird dabei es ist eine Fülle des Erlebens und so gab es jede Menge Missverständnisse die dazu geführt haben dass diese Menschen die die sich alle so intensiv um andere kümmern längere Zeit nicht zueinander gefunden haben das braucht ja nicht so weiter zu werden ja bitte ich habe denken heute in der Gesellschaft so immer mehr Menschen Hilfe brauchen besonders psychologisch es stehen Leute in Listen die warten nicht mal sechs Monate wo überhaupt muss ich unter Gott zurückkommen und es ist keine Frage es ist nur so mal vielleicht ein Austausch vielleicht von ihnen zu hören was passiert gerade mit uns Menschen was macht die Menschheit mit sich selbst und wie entwickelt sich dieser Geist überhaupt weil die Mehrheit vielleicht wird verloren und findet diese Tiefe nicht mehr in sich oh je das ist aber eine schwierige Frage es ist keine Frage es ist nur so ja es wundert mich so sehr ich bin ja auch nicht kompetenter was einen Blick auf unsere Gesellschaft angeht als sie ich habe 21 Jahre als buddhistischer Mönch verbracht und habe eine Generation nach der anderen von Männern betreut die dann drei oder sechs Jahre Retreat gemacht haben bis zu zwölf Jahren und habe schon gemerkt dass sich da was verändert also so ganz einfache Dinge die sich verändert haben die Aufmerksamkeitsspanne ist zum wahnsinnig runtergegangen dann haben mir einige meiner Retreatler haben mir erzählt dass sie bevor sie in unsere buddhistische Gemeinschaft gekommen sind gar nie auf die Straße gegangen sind ohne Stöpsel im Ohr ohne Musik zu hören gab es gar nicht andere haben mir erzählt dass ihre Eltern mit ihnen für den einen ab sieben jahre für den anderen ab zehn jahre jeden abend porno film geguckt wir leben in einer Welt die ist zum Teil so verrückt und solche Menschen kommen zu uns und entwickeln sich dann und sind tatsächlich bereit also arbeiten so intensiv an sich dass sie dann sogar in so mehrjährige Klausuren gehen aber ich habe festgestellt dass ich dass irgendwie die dieses unglaubliche überhäuft sein dieses überflutet sein von Eindrücken einfach das ist nicht nur ein Gerede was wir aus den Medien haben das ist tatsächlich so dass die Fähigkeit auch die Instruktionen die ich gebe in den 20 Jahren deutlich abgenommen hat ich muss vielmehr nachhelfen dass dieselben Unterweisungen umgesetzt werden der Anteil Menschen die selbstständig in der Lage waren Meditations Instruktionen zu Hause anzuwenden war deutlich größer erschien mehr als er heute ist und ich passe mich an ich gebe die Unterstützung aber ich bin auch besorgt und wenn ich jetzt mir das mal so raus nehme würde ich schon jeden ermutigen sein Leben etwas einfacher zu gestalten und etwas weniger Reize drin zu haben um mehr Momente des Nichtstuns zu haben ohne irgendwas zu tun tun zu müssen ohne was zu hören zu lesen sich weiter zu bilden oder was auch immer einfach mal stille und dann bitte schon auch einfach mal Langeweile Eine französische Untersuchung sagt dass die Zeit die Zeitspanne die es früher brauchte bis sich jemand langweilte bei drei bis vier Minuten lag und heute liegt die Zeitspanne bei zehn Sekunden Ja Untersuchung in Paris wie lange braucht es bis man unruhig in der Tasche kramt um sich was im Mund zu stecken sein Handy checkt nach einer SMS sich die Stöpsel ins Ohr steckt was unerträglich still wird das sind also das ist erschreckend und ich habe mir jetzt einfach mal auf ihre Bemerkungen rausgenommen aus meiner Perspektive ein bisschen was dazu zu sagen und wichtigster Rat wäre mal mit Nichtstun anzufangen damit hat überhaupt meine ganze Meditationszeit angefangen dass mir mein Psychologie Lehrer 1977 sagte heutzutage könne ja niemand mehr 15 Minuten nichts tun damals schon 15 Minuten nichts tun habe ich ihn gefragt was meinen sie denn damit ja still sitzen nichts lesen nichts hören nichts essen nichts trinken einfach eine viertel Stunde gar nichts vorhaben nichts tun das war für mich gewaltig und er fragte mich ich sagte dann noch das kann doch nicht so schwierig sein und dann sagt er zu mir hast du es denn schon probiert nee sagt er aber der nachmittag war der erste wo ich es probiert habe und das war der tag an dem ich zu meditieren begonnen habe irgendwie hat mir das gefallen kann das nichts jetzt habe ich ein beruf draus bitte und dann und dann hat und dann hat sie gesagt ihr habt ihm vorgeschlagen ganz kindlich gib doch mal deine nervosität dem lieben Gott der passt so lange darauf auf und dann hast du sie nicht mehr und dann können wir wieder sitzen und der hat das durchgehalten das war für diesen kleinen so ein Wunder weil er jetzt ein Muster hatte weil er nutzen kann um sich zu beruhigen und für sie war es auch gleich was die Meditation dann erreichen kann das ist ganz wunderbar in ihrem Beispiel gehen die beiden Bereiche zusammen von denen wir heute Abend sprechen es ging um eine kurze Meditation für Kinder und die dieser Hinweis ist Gott zu übergeben die Nervosität das nennt man eine Distanzierungsübung man nennt das Freiraum schaffen und da gibt es viele solche Übungen die in der Psychotherapie ständig eingesetzt werden um solche Freiräume zu ermöglichen um neue Erfahrungen zu ermöglichen es ist ein tolles Beispiel wie beides zusammen ich danke Ihnen und ich bin begeistert wenn ich sehe was manche Menschen hinkriegen wie die mit Kindern meditieren können und so ich weiß nicht ob ich das könnte das ist super ganz wunderbar auch die Hintensätzen ja bitte wie sieht es denn eigentlich grüß dich wie sieht es eigentlich aus in der Praxis du bist ja juristischer Lehrer also arbeitest du auch therapeutisch mit Leuten gleichzeitig vielleicht sogar weil jetzt ist es immer du weißt ja immer mit der Therapie und der juristischen Lehrer aber gibt es da auch eine Form dass du das gleichzeitig machst also in meiner Person jetzt nicht ich mache zwar Supervisionen aber am liebsten mache ich Supervisionen für Therapeuten die ihrerseits von einem Damalehrer in ihrer therapeutischen Arbeit betreut werden wollen ich komme manchmal an den Rand von dem was man eine Therapie nennen würde in einer einzelnen Sitzung aber ich biete nie eine Dauerbegleitung an also ich biete keine Begleitung an wo man jetzt mich einmal in der Woche sehen könnte ich sage mir immer Schuster bleib bei deinen Leisten die Versuchung ist groß aber ich habe das nicht gelernt und ich würde Fehler machen ich würde Fehleinschätzung aufgrund mangelnder Kompetenz machen und habe sicherlich auch mir nicht ein ausreichendes Know-how erarbeitet um tatsächlich dann im Detail Menschen durch diese Prozesse begleiten zu können aber das heißt ja trotzdem dass du sagst dass es Leute nicht die das machen ah ja natürlich gibt es die selbstverständlich wie sowas dann aus wie sowas dann aussieht ja ich habe zum Beispiel einen jetzt einen guten Freund von mir den Ankin Chandu Mark Weber in Köln der war auch wie ich 20 Jahre Buddhistischer Mönch und ist total kompetenter Darmalehrer und hat jetzt gleichzeitig eine abgeschlossene Ausbildung als Psychotherapeut und bietet das auch an als seinen Lebenserwerb also das gibt es viele die jetzt das haben ich habe jetzt nur ein Beispiel ich will jetzt keine Propaganda machen aber es gibt ganz konkrete Beispiele aber ich habe mich für meinen Lebensweg entschlossen ich habe genug zu tun als Darmalehrer und habe da viele Aufgaben denen ich kaum gerecht werden kann deswegen mache ich keine zusätzliche therapeutische Begleitung und auch keine Zusatzausbildung als Therapeut aber das ist einfach meine persönliche Lebensentscheidung nicht weil das prinzipiell unmöglich wäre ich versuche mal mal das gerade vorzustellen ich habe jetzt mal eine Analyse gemacht und von mir fällt es jetzt so ein bisschen unvorstellbar da auch spirituell gleichzeitig gearbeitet zu haben also vom Gefühl her würde ich jetzt sagen es würde sich widersprechen aber das ist ja das ist doch spannend das gut jetzt könnten wir natürlich wo wäre denn das Inkompatite wo es nicht miteinander ging das wäre ja interessant zu wissen ich meine die Analyse wie ich das damals empfunden habe das war halt schon also irgendwie sehr kühl analytisch irgendwo ne und wenn es dann um meinen Glauben ging um mein Dasein als Buddhistin dann hatte das erstmalig wirklich Raum weil es wurde halt hinterfragt ja und zwar in einer Art und Weise dass ich das Gefühl hatte es wird jetzt auseinandergenommen aber es ist nicht wirklich knapp irgendwie ja hört sich nach einer freudianischen Analyse an war es auch also ja aber deshalb frage ich mich wie kann das wie kann das aussehen in der Praxis dahin hängt es sicherlich auch von der Person des Analytikers ab heutzutage gibt es bereits buddhistische Psychoanalytiker und da ist das oder auch christliche und auch andere ja also es ist nicht so dass spiritueller Weg Religion per se nicht mit der Psychoanalyse verbunden sind allerdings ist die natürlich stark darin die unbewussten Motive hinter unseren Glaubensprojektionen zu enthüllen und dann bricht so manches Glaubensgebäude zusammen ne dem müsste man sich stellen aber da der Buddhismus eigentlich nicht auf Glauben beruht sondern auf Erfahrung auf Verstehen bricht da auch nichts zusammen nur Dogmen und Idealisierungen und Abspaltungen und ja also Vermischung von idealisierten Gott Meister Meisterin heilige Figuren mit unseren Eltern und Mutter Projektionen das das wird alles durch die Mühle gedreht und und bleibt dann nicht so wie es vorher war aber von daher kann ich das verstehen dass bei so einem Analytiker jetzt ein glaubensorientierter religiöser Weg vielleicht nicht gleichzeitig hätte gegangen werden können aber ich habe da gelernt dass es mehr auf die Person des Therapeuten an oder der Therapeutin ankommt als auf die Therapierichtung das sind immer die Therapeuten die aus ihren ihren wie nennt man das aus ihren Werkzeugen und aus ihrem Hintergrund das schöpfen was sie jetzt im Dienst des Patienten tatsächlich am besten einsetzen können und mit solchen Therapeuten kann man richtig gut zusammenarbeiten ich wollte eigentlich nur die Rückmeldung geben ich bin Psychoanalytiker und wie du das beschrieben hast die Psychoanalysung funktioniert das kann ich gut verstehen gut annehmen also ich habe wirklich das Gefühl dass du das auf eine sehr angemessen Art und Weise beschrieben hast wow super das freut mich sehr weil ich habe nie eine Psychoanalyse gemacht ja danke und wie ist das jetzt gerade mit der Rückmeldung möchtest du da was dazu sagen ja ich glaube dass es diese Sprachverwirrung gibt die du angesprochen hast das ist wirklich ein Problem dass manche Analytiker das dann auch einfach nicht verstehen aus dieser Sprachverwirrung heraus aber es gibt wirklich inzwischen viele Analytiker die da auch sehr offen sind und die kann man auch im Internet auch finden also viele haben auch eine Webseite und es gibt ein weiteres Leiter von einem sehr großen Institut zum Beispiel der hat seinen Yoga-Lehrer und hat Bücher veröffentlicht für das Thema also es gibt inzwischen viele Analytiker die sich für das Thema offen haben und es wird auch wahrscheinlich 2016 Tagungen in Köln von Jungianern geben die sich auch diesem Thema mitnehmen also es gibt da jetzt viel Bewegung ja danke es ist ohnehin leichter mit der Jungianischen Psychoanalyse da in den Dialog zu treten das ist klar aber das soll die anderen überhaupt nicht ausschließen Dialog ist immer möglich wo Menschen sich auf ihre Erfahrungen beziehen auf ihr Erleben dann steht dem Austausch nichts im Leben ja bitte ganz hinten ja ich weiß nicht ob ich meine Frage jetzt richtig formulieren kann aber ich habe noch so ein bisschen Probleme mit der ich auch wieder so ja also nicht das auch ja ob wir die weiter Arten noch hin ich kann es mal allgemein zu formulieren bei Problemen oder bei Menschen die Probleme haben durch Missbrauch und Überflüchtigkeit und sowas aus der Vergangenheit kann Abgrenzung ja was ganz ganz wichtiges sein ja absolut genau und da kriege ich das irgendwie nicht zusammen also diesen Willen wirklich zu sagen hier höre ich auf und da fängt der andere an und es darf auf keinen Fall verschwimmen weil es vielleicht früher mal so war ja also weil es ganz schwierig ist und dann mein wie soll ich sagen so mein innerer Auftrag des Mitgefühls immer der nicht immer wieder dahin bringt doch so völlig zu verschwimmen und dann merke ich dass ich manchmal innerlich zornig werde und denke verdammte Hacke scheiß nicht nicht auf den Höser hier ist die Grenze Gartenzausen Schluss absolut richtig und da hat das wirklich nicht Buddhismus und Psychotherapie nicht richtig auf den Höser dann muss ich eben mal Mahakala vorbeischicken wissen sie ich habe das kennen sie vielleicht nicht den Ausdruck dieses Problem was sie beschreiben ist den Buddhisten auch aufgefallen es braucht ein erbarmungsloses Mitgefühl es braucht ein aufdampfendes alle Hindernisse auffressendes Mitgefühl und das wird in diesen Schützergestalten dargestellt wo es im tibetischen Buddhismus so ganz furchterregende Buddhas gibt die mit einem Maul dargestellt werden das ist so weit aufgesperrt dass es ein Drittel der Körperhöhe ausmacht und diese Gestalten das sind auch Buddhas und die stehen dafür dass es ein Mitgefühl und eine Weisheit braucht die Grenzen ziehen kann die auftampfen kann die sogar zerstören kann also wirklich Schluss und diese wenn wir nicht die Möglichkeit haben aufzustampfen und Nein zu sagen und Grenzen zu ziehen haben wir auch nicht die Möglichkeit aufzumachen und Ja zu sagen das Ja das in Kontakt treten hat ja eigentlich gar keinen Wert wenn es zwanghaft ist weil wir irgendwie gar nicht Nein sagen können und drum ist eigentlich buddhistische Geistesschulung ist immer ein Anwenden von dem was es braucht um zu einem Ausgleich zu finden wenn ich einen ständigen Ja Sager habe auch bei mir als Dharma Lehre wenn ich einen Ja Sager erlebe dem muss ich das Nein sagen beibringen und gerade bei traumatisierten Personen sind die Grenzen ja so da gibt es keine Grenzen da hat jeder das Gefühl da kann man so reinlaufen in die Persönlichkeit Genau deswegen habe ich so ein Problem mit diesem Begriff Ich-Auflösung Ja und das darf einfach nicht sein Diesen Menschen muss man zeigen wie sie auf eine ganz gesunde Art sich abgrenzen können und das hat gar nichts damit zu tun mit Ich-Auflösung oder so etwas dieses Ich-Auflösen zum Beispiel ich bin ja auch ich bin in diesem Prozess an der verkehrt die verkehrte Vorstellung über ein Ich-Auflösen aber mein Ich löst sich deswegen nicht auf Ich habe in diesen 30 Jahren oder länger die ich das jetzt mache kann ich nicht mehr mich als ein Ich definieren wie ich das vor 30 Jahren getan hätte gleichzeitig habe ich aber eine ziemlich solide Person die sich abgrenzen kann ja also da ist innerlich ist eine totale ist etwas ins Fließen gekommen und da hat sich viel aufgelöst was man normalerweise so beschreibt beim Auflösen von Ich-Bezogenen aber gleichzeitig bin ich ein sehr wohl definiertes Und da habe ich auch gar nicht vor daran was zu ändern das ist gesund das braucht es einfach Bitte gerne Wenn ich aber mit der Idee die doch auch buddhistisch ist denke ich nehme dass wir alle miteinander verbunden sind dann kann ich doch auch nicht eindeutig sagen da ist ein Täter und da ist ein Opfer und ich meine diese Art von Mitgefühl wenn ich also oder wenn jemand als Betroffener ein Buddhist ist ist aber bei irgendeinem Trauma betroffen ist es dann so dass er mit dem Mitgefühl genauso bei dem anderen ist wie bei sich selbst sodass dann das ist jetzt spannend das ist jetzt ganz spannend aber das finde ich persönlich wirklich eine der wenigen Stellen wo ich sage das verstehe ich noch nicht wie kriege ich da meine buddhistische Idee mit der europäischen Ich weiß auch nicht ob ich das alles so verstehe aber ich kann ein bisschen was dazu sagen Ja gerne Zunächst mal ist es nicht eine Idee die wir Buddhisten haben dass wir alle miteinander verbunden sind sondern eine Tatsache ist eine beobachtbare Tatsache dass niemand auf dieser Welt für sich existiert und natürlich gibt es auch eine Wechselwirkung zwischen Opfer und Täter das heißt aber nicht dass Opfer plötzlich zum Mittäter wird das bedeutet das nicht das wäre eine Verwischung einer hat geschlagen und der andere hat den Schlag erhalten und einer war zum Beispiel 20 Jahre älter und der andere war 20 Jahre jünger und das sind das sollte man nicht zum Verwischen der Tatsache benutzen dass wir tatsächlich eine Verbindung haben eine Wechselwirkung die Wechselwirkung ist ja so intensiv dass weder Täter noch Opfer sich wirklich daraus befreien können es sei denn sie nehmen die Tatsache der Wechselwirkung ins Gewahrsein und arbeiten daran sodass sie es lösen können die ist ja ganz intensiv die Bindung zwischen Opfer und Täter und einfach vergeben und meinen man müsste Mitgefühl üben und so ist nicht der gesunde erste Schritt ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört von einem dievetischen Lama und der hat ganz klar gesagt wenn so schwerliegende Sachen passieren wie Missbrauch dann muss man da eine Grenze ziehen zu einem Schluss mit dem habe ich nichts zu tun der entscheidende Punkt ist in Bezug auf Podhichitta dass man ihn nicht ein für allemal verwirrt ja aber in diesem Leben Grenze ziehen ja danke das ist genau das was gängige Antwort ist und ich glaube sie haben laut nicht genug gesprochen dass es alle gehört haben danke auch was über Mitgefühl gehört was vielleicht hilfreich ist also Mitgefühl ist nicht unbedingt dass man verschwindet miteinander ja es hat damit gar nichts zu tun sondern Mitgefühl entsteht dann wenn man ganz viele gute Eindrücke im Geist gesammelt hat durch gute Sachen die man erlebt hat oder durch Sachen die man vielleicht gute Taten die man angewarzt hat ja dann sagt man man ist buddhistisch sozusagen im Überschuss also man hat man fühlt sich einfach stark und kräftig und dann kann ich hingehen und kann einfach was Gutes tun für jemand anderen weil ich ihm was ablehnen möchte oder helfen möchte und das wird als Mitgefühl bezeichnet aber wenn ich das richtig verstehe von den farb buddhistischen Bedingungen die ich gehört habe mitgefühlt habe ich also nicht so verstanden als dass man so völlig miteinander verschwindet und die Grenzen verschwindet das ist im buddhistischen Sinne nicht mitgefühlt naja das ist noch einfacher als was Sie jetzt beschrieben haben Mitgefühl ist völlig unsentimental in der buddhistischen Geistesschulung Mitgefühl ist der einfache Wunsch aufgrund des Inneren des eigenen inneren Erlebens aufrichtig zu wünschen jemand anderes möge frei von Leid sein das ist Mitgefühl wir können aufgrund unseres eigenen Erlebens spüren wie leidvoll etwas für jemand anderen ist und wir haben die aufrichtige Herzensbewegung dem anderen zu wünschen und dann können Handlungen folgen dass sich dieses Leid auflöst so einfach ist das ich bin hier ich habe meine Erfahrung ich kann aber mitschwingen von daher ist Mitgefühl schon ein richtiger Ausdruck und aus diesem Spüren kommt ein Elan des Herzens der in Richtung Auflösung des Leides geht und dann ist es eine Frage der eigenen Möglichkeiten und der Weisheit ob es bei dem Wunsch bleibt oder ob Handlungen folgen was man konkret tun kann und mit der Liebe ist es gerade genauso Liebe ist auch völlig unsentimental in der buddhistischen Psychologie Liebe ist der aus der eigenen Erfahrung geborene Wunsch dass der andere glücklich sein und dann sagt man noch und die Ursachen des Glücks besitzen dieser Wunsch wenn wir und das ist eigentlich auch was wir Liebe nennen wenn ich wirklich Liebe dann beseelt mich der Wunsch dass der andere glücklich sein möge das ist aber nicht der Wunsch dass ich glücklich sein möge das ist vielleicht die Liebe für mich selbst das ist auch eine wichtige Liebe aber so einfach ist das Liebe ist der Wunsch dass jemand glücklich sein möge und mitgeführt ist der Wunsch dass jemand frei von Leid sein und das auch richtig zu spüren so einfach definieren es die Buddhisten ob es jetzt ausreichende Definition ist weiß ich nicht also ich finde es klasse über Empathie zu sprechen und Mitgefühl noch in seinen vielen Nuancen kennenzulernen Liebe in ihren vielen Nuancen aber die Definition ist so einfach wie das wünsche Ihnen noch eine schöne Reise durchs Leben und hoffe dass wir uns mal wieder sehen